Hier präsentieren wir die 5 besten Infrarothetzung Test. Lass uns anfangen. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. ByCold 400W Infrarothetzung Deckenheizung. Die Installation ist einfach und schnell, denn es muss lediglich die Befestigung an der Decke angebracht werden, bevor die hinteren Halterungen der Infrarothetzung eingesetzt werden. Die Oberfläche der ByCold Infrarot Deckenheizung ändert aufgrund der IR-Beschichtung niemals ihre Farbe. Die Heizung heizt ihren Raum dank des Infrarotheizkonzepts leise und gesund, es gibt keine Staub, keine seltsamen Geräusche oder Gerüche, nur wohlige Wärme. Die ByCold Infrarot Flächenheizungen schaffen eine saubere und staubfreie Umgebung, denn sie heizen wie das Sonnenlicht, ohne CO2, Emissionen oder Luftzirkulation. Alle Infrarotflächenheizungen verfügen über einen Überhitzungsschutz und erfüllen die Sicherheitsvorschriften. Verwenden Sie die Fernbedienung, um Ihre Infrarothetzung zu bedienen, anstatt ein externes Steckdosen-Thermostat oder Manuedes ein- und ausstecken. Aufgrund der dünnen Bauweise der Infrarothetzung müssen Sie sich keine Sorgen um die Tragfähigkeit der Decke machen. Wenn Sie Fragen zur Deckenheizung haben, nehmen Sie bitte zu Erdnummer 4. Die Verwendung einer elektrischen Heizung in Ihrem Haus hält Sie nicht nur warm, sondern erhöht auch die Luftfeuchtigkeit. Dies kann zu Schimmel, Mehlte und anderen Feuchtigkeitsproblemen führen. Probieren Sie unsere Infrarothetzung, Wandhetzplatte mit Zeitschalter und LCD-Display digitaler Infrarotheizstrahler für angenehme Wärme. Diese Infrarotheizplatte ist ideal für Wohnräume. Sie kann an der Wand montiert werden oder frei auf Füßen stehen. Sie können sie leicht an jeder Einrichtung anpassen, da sie auch in jeder beliebigen Farbe gestrichen werden kann. Außerdem ist sie einfach zu bedienen mit LCD-Display und Zeitschalter. Holen Sie sich den perfekten Komfort in Ihr Zuhause mit der Infrarothetzung, Wandhetzpanel mit Timer und LCD-Display digitaler Infrarotheizstrahler. Vor mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Königes Infrarothetzung 1000 Watt. Sie suchen eine langlebige, moderne Infrarothetzung für Ihr Zuhause? Dann sollten Sie sich bei Königes umsehen. Die Infrarothetzungen von Königes sind kompakt und formschön und eignen sich daher perfekt für Wohnungen jeder Größe. Diese Heizungen sind in den Leistungsstufen 600 W, 800 W und 1000 W erhältlich, sodass Sie die für Ihr Haus am besten geeignete Variante wählen können. Königes Infrarothetzungen sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Diese Heizungen haben pulverbeschichtete Aluminiumrahmen und hochwertige Heizelemente, damit sie nicht rosten und sich abnutzen. Außerdem haben Sie eine 5-jährige Herstellergarantie. Genießen Sie jetzt mehr Komfort mit einer hochwertigen Infrarothetzung, die in Ihrem Haus eine gute Figur macht. Nummer 2. Heidenfeld Infrarothetzung HF-HP 100-3 Weiß. Sie suchen eine neue Heizung für Ihr Zuhause? Dann suchen Sie nicht weiter als Heidenfeld Infrarothetzung. Unsere Heidenfeld Infrarothetzung ist perfekt für jeden Raum in Ihrem Haus. Sie ist energieeffizient und sicher und damit das perfekte Heizgerät. Außerdem wird sie in Deutschland hergestellt, sodass Sie sicher sein können, dass es sich um ein Qualitätsprodukt handelt. Mit dem eingebauten Thermostat können Sie die Temperatur und die Temperatur Ihres Heizgeräts ganz einfach regeln. Und dank des Befestigungsmaterials lässt sich das Heizgerät leicht an der Wand anbringen. Dieser Heizlüfter ist für Räume bis zu 8 Quadratmeter geeignet, also perfekt für große Räume. Mit der Heidenfeld Infrarothetzung erhalten Sie die perfekte Heizung für jeden Raum. Und die Nummer 1 unserer Liste. Königes Infrarothetzung HD Qualität. Suchen Sie eine stilvolle Heizung für Ihr Zuhause? Dann schauen Sie sich unsere Königes Infrarothfernheizung an. Die Königes Infrarothfernheizung ist perfekt für alle, die Stil lieben. Diese Heizung verfügt über einen hochwertigen Thermotransferdrück, der es Ihnen ermöglicht, aus tausenden von verschiedenen Motiven für Ihre Heizung zu wählen. Diese Heizung ist perfekt für jeden Raum, da sie bis zu 6 und 20 Quadratmeter beheizen kann. Die Königes Infrarothfernheizung verfügt über einen Schalter im Bedienfeld, mit dem Sie leicht zwischen verschiedenen Modi wechseln können. Über den Schalter wird auch die Temperatur geregelt. Holen Sie sich mit der Königes Infrarothfernheizung eine Heizung, die perfekt für Ihr Zuhause ist. For More Information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.